Die Veranstaltung ist ganz ausgezeichnet, vor allen Dingen, weil damit jetzt endlich mal sehr klar ist, dass ein großer Teil von gut aufgestellten Branchenteilnehmern sehr bewusst versucht, sich mit der Zukunft der eigenen Branche auseinanderzusetzen. Ich hoffe schon, dass sich das auch kommuniziert in die Branche hinein, dass tatsächlich auch mehr Stimmen denjenigen entgegentreten werden, die immer wieder sagen, dass es alles Unsinn sei, was der Börsenverein macht, dass es alles Unsinn sei, wenn man über die digitale Zukunft unserer Branche redet. Es hat sich hier gezeigt, dass es Branchenkonsens ist, dass die Änderungen, die viele noch bekämpfen wollen, einfach kommen werden. Und wenn wir sie nicht gestalten, dann werden sie für uns gestaltet. Vielen Dank.